Heute schauen wir uns den HTC-Desire an. Man sieht, in dem Telefon ist jetzt keine SIM-Karte drin, brauchen wir aber auch nicht. Absolut toll an dem Gerät ist zum Beispiel die Tatsache, dass er ein OLED-Display hat. Das sieht man jetzt hier, das Wetter stimmt auch ziemlich gut, ich habe mich davon selbst überzeugt. Das Gerät läuft auf Android 2.1, das merkt man auch daran. HTC Sense zeigt hier zum Beispiel sieben verschiedene Homescreens an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das sind ganz einfach Widgets von HTC, die hier drauf sind. Kann man natürlich auch selber machen. In dem Fall ist es Footprints. Hier zum Beispiel ein Nachrichten-Widget, Latitude und der Homescreen. Besonders toll an diesem Gerät ist die hohe Geschwindigkeit. Man sieht, es reagiert umgehend, es gibt kaum Verzögerungen in der Bedienung. Man kann diverse Programme natürlich starten, man hat eine tolle Uhr. Wow, toll, eine Uhr am Telefon, Wahnsinn. Die Bedienung ist Android-typisch. Das Display ist hervorragend toll an HTC Sense, ist auch diese Funktion, um diese acht Homescreens perfekt darstellen zu können. Man kann dann eben hier auswählen, welchen Homescreen man benutzen will. Der Browser ist auch sehr leistungsfähig. Es gibt auch Pinch & Zoom, wie man sieht. Funktioniert fast so gut wie am iPhone. Leider kann man nicht mit Doppelklick auf einen gewissen Artikel reinzoomen. Das wird dann etwas umgebrochen. Ist also nicht ganz so schön wie auf Apples iPhone gelöst. Ansonsten, das Telefon ist grundsolide, baut auf Android auf. Die restlichen Funktionen sind sehr ähnlich. Genauso das Kamera-Interface. Man kann das hier drehen. und hat eben hier verschiedene Möglichkeiten, eine Aufnahme zu machen. Hat ein Menü hier zum rausziehen mit den diversen Fotooptionen. Kann das hier einstellen. Das ist auch ganz nett gemacht. Was auch neu an diesem Telefon ist, ist dieser optische Sensor hier, der auch gleichzeitig eine Taste ist. Braucht man allerdings relativ selten. Als im Album kann man das Telefon durchaus empfehlen. Es zeichnet sich durch eine sehr dünne Bauweise aus. Es ist schön gefertigt, liegt gut in der Hand, ist in der Rückseite etwas gummiert und ist durchaus empfehlenswert. Allerdings für 489 Euro gesehen bei Amazon nicht wirklich günstig. Außerdem toll gelöst ist zum Beispiel die Funktion der verschiedenen Szenen. Hier kann ganz einfach eine Szene ausgewählt werden, zum Beispiel Spielen. Und man kann ganz bequem hier sehen, dass sich sowohl die Uhr ändert, als auch der Hintergrund und die eingestellten Widgets. Auch die Hintergründe, alles in allem, sind sehr, sehr nett gemacht, sehr farbenfroh, sehr bunt. Ganz einfach kann man die Szene auch wieder wechseln und sich auch eigene Szenen mit Anordnungen von Widgets speichern. Android 2.1 hat natürlich auch die aus dem Nexus One bekannten Live Wallpapers, die man hier einstellen kann. Man kann zum Beispiel auch hier verschiedene Widgets einstellen. HTC liefert eine ganze Menge dieser Widgets mit. Die anderen Android-nativen Geräte, die zum Beispiel auch von Google vertrieben werden, sind da etwas rudimentärer. Man kann hier zum Beispiel ein Twitter-Widget hinzufügen, sich aussuchen, wie das denn aussehen soll. Klickt auf Auswählen und bekommt die Meldung, dass man keinen Platz auf diesem Homescreen hätte. Ganz toll an dem Telefon ist auch die Tatsache, dass es ein OLED-Display anbei hat, sozusagen. Das Geniale daran ist, es wird nur dann Strom verbraucht, wenn auch tatsächlich Inhalt dargestellt wird. In diesem Fall sehen wir, der Display-Stromverbrauch ist gerade mal bei 14% und das Android-System braucht am meisten Strom. Das ist sehr, sehr löblich, denn bei anderen Geräten ist der Stromverbrauch gerade beim Display exorbitant hoch. Soviel in diesem kurzen Video zum HTC Desire.